Ihr altes Notebook stößt an seine Grenzen? Sie brauchen mehr Leistung und mehr Power? Wir haben die Lösung. Lassen Sie den Status Quo hinter sich. Kommen Sie in den Genuss höchster Leistung. Mit der Intel X-Max Grafikkarte und dem Intel Core Prozessor der 11. Generation Nehmen Sie Ihren nur 1300 Gramm leichten Begleiter den ganzen Tag überall hin mit. Bis zu 18 Stunden lang. Und nutzen Sie die anspruchsvollsten Apps. Die neue Nummer 1. Mit einem Intel Core Prozessor der 11. Generation und der revolutionären dedizierten Intel Iris X-Max Grafikkarte können Sie Aufgaben schneller erledigen. Und Sie haben noch jede Menge Zusatzpower, um kreativen Arbeiten nachzugehen oder sogar ein Spiel zu spielen. Mehrere Kühlmodi sowie zwei Heatpipes erweitern die Leistung des Notebooks zusätzlich. Leichtes, modernes Design Nutzen Sie das Notebook, wo und wann Sie möchten, und zwar genau in der Farbe, die Ihnen am besten gefällt, ob in sanften Farbtönen wie Safari Gold oder in kräftigen Steam Blue. Mit nur 1300 Gramm ist dieses leichte Notebook ein treuer Begleiter für den ganzen Tag. Gestoffen scharfes Bild Mit dem 72-prozentigen NTSC-Farbraum werden Bilder und Videos in beeindruckenden Farben und Details zum Leben erweckt. Dank des schmalen Rahmens, der eine Screen-to-Body-Ratio von 84% ermöglicht, können Benutzer mehr vom 14-Zoll-großen FHD IPS-Bildschirm sehen. Die Augenbelastung wird ebenfalls verringert und die Farben werden mit Acer Exacolor und Acer Color Intelligence optimiert. Rund um die Uhr einsatzbereit Wer den ganzen Tag unterwegs ist, braucht einen leistungsstarken Akku, der bis zu 18 Stunden Betrieb gewährleistet. Das Notebook lässt Sie auch im Notfall nicht im Stich. Durch die Schnellladefunktion werden in nur 30 Minuten Ladezeit weitere 4 Stunden Nutzungsdauer erreicht. Volle Konnektivität Über Intel Dual Band Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 können Sie schnell eine Verbindung zu drahtlosen Netzwerken herstellen. Nutzen Sie außerdem die zahlreichen Anschlüsse wie USB-C, Thunderbolt 41 und USB 3.2 Gen 2 für schnelle Datenübertragung und Stromversorgung. Intel Wi-Fi 6 bietet einige der derzeit schnellsten Verbindungen mit geringerer Latenz und verbesserter Sicherheit. Smarter Zugriff Mit dem integrierten Fingerabdruckscanner kann Windows schnell, sicher und ohne Kennworteingabe die Identität eines Benutzers überprüfen. Sie können auch mit Cortana interagieren, um Meetings zu planen, Programme zu öffnen und vieles mehr. Mit dem Immersprahmen Und sch tide in den B-M-T. M-T. W-B-A-N-G-A-N. W-B-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-M-A-N. Anversationss mediterlier. W-B-A-N. W-B-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N. Untertitelung des ZDF, 2020